Stimmt, die erste Zone muss man noch. Ja, ja, wir warten, wo die Zone ist. Und wir nehmen Smokes mit, wir nehmen... Nein, wir können die ersten Aftung mit. Also... Spielst du M24 oder Carabino? Wir sollen uns dann zwei spielen. Also einer Single Bolt und einer DMR. Oder ich weiß nicht, was du spielen willst. Ich glaube, ich spiele DMR. Ich komme mit dem Karten. Ich brauche... Ja, ich auch nicht. Ja, okay, dann spielen wir so. Jetzt probieren wir es mal. Jetzt probieren wir es mal. Die One-Shot-Dinger haben halt einen entscheidenden Vorteil. Wenn der andere dich nicht gesehen hat, ist er mit einem Schuss weg. Ach, ich nehme das, was ich als erstes finde. Ja, okay. Wir können ja zwischenzeitlich auch mal in die anderen Discord-Server reingehen und mal gucken, was die so erzählen. Au. Also ich habe den Tab offen. Dann können wir gleich rüberhüpfen. So. Wer ist noch im Server? Es ist Keksi im Server. Bender. Dragl. Wer ist noch alles da? Ich habe die ganzen Namen nochmal auf dem Schirm. Keksi. Bibo. Svenno. Nisi. Genau, das war es. Ich glaube, der hat die erste Zonne vergessen. Sieh zu, dass es gleich anzeigt. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Ferry... Nee. Military Base. Ich glaube nicht, dass... Oh, shit, shit, shit. Ja, lass Military Base machen. Schliegen wir über die Brücke drüber. Ja. Kommen wir da rüber? Ja, ne, schaffen wir, oder? Im schlimmsten Fall hinter der Brücke müsste ein Auto stehen. Ja. Probieren wir es. Ich halte mal die Augen auf und nach Fallschirm. Wenn wir Fallschirmes sehen, drehen wir ab, okay? Oder pushen. Ich glaube, abdrehen. Ich sehe keine Fallschirmes. Keine Fallschirmes da. Wir brauchen aber sowieso das Auto früher oder später, weil... Ja, wir fliegen direkt auf ein Auto zu, sogar auf zwei. Also, ich sehe weit und breit, keine Fallschirme. Hä, wieso kommt auf der Brücke... Wo bist du denn? Ich bin da runterfallen. Aber ich bin gleich da. Ja, okay. Ey, wir haben Schweineglück mit der Zone. Oh, perfekt. Okay, warte mal. Können wir die Brücke blockieren? Dann looten wir schnell hier. Ja, looten wir schnell hier und machen die Brücke zu. Schau mal, ob wir Roadblocks finden. Das wäre saugut. Oh, ich gehe ins nächste Haus. Ja. Ja. Also, wenn du irgendwie diese Straßensperren findest, das wäre geil. Ja, ja. Die montieren wir dann gleich auf die Brücke, das wäre witzig. Ich habe nur einen einzelnen Helm, ist der? Ich auch. Und ein zur Rucksack. Wenn du Magazine findest, dann hast du nicht die Schnelllade, sondern erweitert. Warte mal, man kann auch theoretisch die Dings im Container noch mit draufschmeißen. So ein Benzinkanister, den kannst du auch noch in die Luft jagen. Kanister habe ich schon dabei. Ja, wir haben keine Zweierheil rein. Kein Roadpunkt. Chemka 12. Oder Mini. Ich habe die Beides. Ich habe die Dragon auch, ich spiele die. Ich brauche noch eine Sturmgewehr. Das ist was. Da liegt eine Ace bei mir. Ah, ich habe schon die, ich nehme die Umf. Ich habe Extended Mag für das Ding. Das ist gut. So, jetzt habe ich eine Umf und eine Dragon auch. Und noch kein Roadblock, Ding. Ich habe kein Dings, ich habe einen Vierer für dich, wenn du willst. Nee, ich habe einen Sechser für die Dragon auch. Shit, man. Ohne diesen Straßenblock macht es keinen Sinn, oder? Oder wollen wir die Straße so blockieren? Mit Autos. Können wir auch machen, ja. Aber ich habe keinen Roadpunkt, kein Hollow, kein gar nichts. Hast du irgendwo Dings, Roadpunkt gehabt? Ähm, Roadpunkt. Nee, ich habe nur einen gefunden bisher, nur einen gesehen. Naja, da habe ich meine M4-Bisch vorbeigelaufen. Also, ich bin jetzt, ich habe jetzt die Mini und die, äh, um, mit Extended Mag. Das passt auch nicht. Passt, okay. Ähm, Brücke zumachen oder nicht zumachen ist jetzt die Klasse Frage. Oder wir gehen, wir pushen einfach in die Military Base und, äh, und looten da. Und ignorieren die Brücke, das Brückenproblem. Lass uns lieber noch ein bisschen looten, wir haben noch nur Scheißloot bisher, oder? Paschen zwei Helden. Ja. Okay, dann looten wir. Looten wir lieber in der Dings noch ein bisschen. Ich würde, wir hätten gerne Schally und so Zeug. Das kann natürlich sein, dass in der, äh, Military Base schon jemand ist, aber das würde mich echt überraschen, also. Ich glaube nicht, dass in der Military Base stehen. Ich habe es gleich. Ich würde jetzt sagen, jetzt machen wir immer Punktstille, damit wir hören, falls man da ist. Dann brauche ich den Benzinkanister nicht, oder? Kommen eigentlich Flugzeuge? Ja. Ja. Hier oben ist auch noch Munition für deine UMP. Massenweise Munition für deine UMP. Also oben, zwei Stellen, wo es die Munition gibt. Boah, soll ich den K98 nehmen, oder? Ich habe meinen C4 weggelegt, weil ich habe zwei C4 dabei gehabt. Aber das würde ich dann nicht. Wo ist das C4? Okay. Okay, eins habe ich dabei. Dann nehme ich mir auch noch eins mit. Weil wenn die Zone hier ist, das wäre, äh, das wäre schon geil. Ja gut, das ist gut, wenn sie sich im Haus verstecken. Das ist dann wirklich... Wenn du noch ein Visier finden würdest, irgendwas größer wie vier. Ja. 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 Das ist eine Ork. Nee, nee, also waffentechnisch bin ich. rot punkt und so hat alles ja ganz ehrlich jetzt müssen sie kommen ich will raus hier ich will auf die nicht aufs dach ich will hier auf den berg hoch weil ich nicht hier untenrum lurchen kommt gleich noch kaum visier wir schießen nicht auf die typen wenn wir welches sehen wir chillen einfach nur wir werden erst mal gucken was die machen wir haben es ultra gut erwischt mit der zone so ich muss jetzt mal ganz kurz für eine sekunde weg bin gleich wieder da ja 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 ist ja flugzeug lassen sich welche abholen das flugzeug das wäre ein hubschrauber da so stimmt wir müssen in die zone aber wir warten noch mal ganz gut great kommt wahrscheinlich irgendwo an meinem mark herunter keine create abgeworfen hat dann hat er vorher schon ausgeschmissen aber dann außerhalb der zone ist ja ok lass uns mal marschieren doch den anderen berg hoch da ist die great westen genau westlich von uns wollen wir darauf zu pushen da kann man wahrscheinlich zumindest kills abstauben das oder durch ein auto oder schießen schon welche drauf die great hast du nicht markiert oder ich sehe hier hier im haus sind im haus in seinem haus wo du mich voll gekillt hast selbes haus jetzt da hin und c4 dran kleben aber das ist halt riskant da läuft noch einmal rein die dahinter sind dahinter dass gerade einer wieder dahinter gelten dahinter gelaufen aber die hand mit irgendjemand hat da hat jemand geschossen ich war durch das auto genau vor uns ist das auto schalte hast du nicht oder doch ich habe keinen schalldämpfer das ist also ich kann entweder laut schießen oder gar nicht ich komme kurz hier dahinter was denn da brauchst du nicht nee ich habe ich habe dings auf beiden waffen was gehabt perfekt dann habe ich kommt hier auf den nahkampf waffe und schalte auf der steht wir müssen mal auf sie nehmen das kaputte wir müssen weiter lasst uns flankieren lasst uns darunter laufen soll man nicht schön gucken was die machen es könnte sein dass sie hinten runter gelaufen sind ok ja die kommen jetzt gleich von der seite wir wissen wo sie sind ich habe kein also jeder von dem ich weiß wo er ist ist mir egal wir machen die sorgen wo ich von dem ich nicht weiß wo es ist kommen damit jetzt nicht an der seite von uns in das valley runter gepusht und dann geht es los und wir müssen aber ziemlich offen rumlaufen jetzt übrigens leider genau wie wir was ich nicht ganz verstehe ist wieso kekse mir sich die ganze zeit ein und wieder ausloft bei uns er hat sich jetzt schon dreimal wieder neu eingelogt oh das ist scary leute die krate ist da drüben und ein marker da ich schwenke noch ein baum sollte vielleicht noch mal medisch drauf rein schnabulieren oh dieses spiel wir müssen bei der richtung zornmitte hast du ein schermatt nico nein hat drei rucksäcke bekommen auf die häuser zu oder bleiben wir weiter rechts ja es sind immer noch acht am leben es gibt was sind die typen von vorhin müssen da vorne am panzer rechts da hinten sind sie es kann sein dass sie schon gesehen haben ja das ist nicht gut wer auch immer bei gelb ist der trifft nicht ich bin fast tot ja jetzt bin ich genockt weil wir jetzt eine granate kriegen sind wir geliefert auch ein bisschen fech mit der zone gerade ja ich habe noch eine granate geschossen und dann los direkt nach vorne wenn da genau ich weiter rechts ich weiter rechts am hügel sein nur zweimal getroffen die schweite rechts vom ende weiter rechts vom bild aber wir hatten auch eine scheiß zone grad von beiden seiten beschossen worden ja dafür war mal gar nicht so schlecht finde ich war das blöd ey man 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 hatten wir ein pech mit der zone gerade gehen wir in den links in die lobby beim discord aber geil ich habe aber ich habe ein bänder erwischt ja ja genau machen und ja jetzt bin ich mal was nizzle schnizzle macht wer schießt da oben der ist ja auf jeden fall nicht ganz schlecht wow okay dragl und kekse spiel zusammen das war's schon das war's ganze spiel anscheinend